Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Digimon Lore-Folge. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video über die Saat der Finsternis machen könnte, die in Digimon Adventure O2 vorkam. Und ich persönlich finde, dass es ein ziemlich gutes Thema ist, über das man mal reden könnte, da es da doch ziemlich viel zu sagen gibt. Wenn ihr also irgendwelche Ideen für weitere Lore-Folgen habt, schreibt mir das Ganze doch gerne in die Kommentare. Außerdem möchte ich euch nochmal auf meinen neuen Kanal hinweisen. Auf diesen werden regelmäßig Anime, Mangas und vielleicht auch andere Videos kommen, auf die ich einfach mal Lust habe. Das heißt, wenn ihr meine Art von Videos mögt und mehr als für Dinge, man von mir sehen wollt, schaut da doch gerne einfach mal vorbei. Außerdem würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn euch meine Videos gefallen sollten. Die neuesten Abonnenten sind Ohren-Augen-Katze, NZ-2401 und XX-Shido-XX-666. Vielen lieben Dank für euren Support. Also lasst doch gerne ein Abo da, um vielleicht die Chance zu bekommen, im nächsten Video mal erwähnt zu werden. Die erste Person, die von der Saat der Finsternis befallen war, war Ken. Dieser wurde von der Saat der Finsternis befallen, nachdem er mit Rio zusammen Millenniumon besiegt hat. Das Ganze hat man allerdings nur in einer Rückblende gesehen. Dabei haben Ken und Rio Millenniumon besiegt und dabei hat dieses die Saat der Finsternis freigelassen und Ken hat sich vor Rio geworfen, um diesen davor zu beschützen. Dadurch war allerdings Ken am Ende derjenige, der von der Saat der Finsternis befallen wurde. Und die Saat der Finsternis sorgt dafür, dass sich Menschen maßgebig ändern. Sie werden sportlicher, sie werden klüger, sie werden auch sozialer und auch sehr viel ehrgeiziger. Allerdings ernährt sich die Saat der Finsternis von den negativen Gefühlen der Menschen. Und aus diesem Grund korrumpiert es seinen Wirt, damit es mehr negative Gefühle hat, an denen es sich nähren kann. Und genau das gleiche ist auch mit Ken passiert. Dieser war von der Eifersucht auf seinen Bruders übermannt. Und dazu kam noch die Trauer durch seinen Tod. Und diese negativen Gefühle hat die Saat der Finsternis verstärkt. Das ging am Ende so weit, dass Ken zum Digimon-Kaiser wurde und er hat versucht, die Digi-Welt zu übernehmen. Deswegen war Ken auch so unglaublich anders, nachdem er den Mantel des Digimon-Kaisers abgelegt hatte. Ken war nie ein schlechter oder unfreundlicher Mensch. Das war alles die Saat der Finsternis. Und nachdem er den Mantel des Digimon-Kaisers abgelegt hatte, hatte er lediglich die negativen Einflüsse der Saat der Finsternis überwunden und konnte zu seinem echten Ich zurückkehren. Und zwar zu einem fürsorglichen und netten Menschen. Was bei Ken nicht passiert ist, ist, dass eine dunkle Blume erblüht ist. Dunkle Blumen beginnen zu blühen, sobald die Saat der Finsternis genug negative Energie des Menschen absorbiert hat. Wenn dunkle Blumen nicht geerntet werden, kann es passieren, dass diese zu einem dunklen Baum werden. Und auch wenn das noch nicht ganz bestätigt ist, ist die Theorie, dass wenn ein dunkler Baum erblüht, Millenniumon zurück zum Leben erwacht. Das war auch der Grund, warum Millenniumon die dunkle Saat in Ken eingepflanzt hat, um eines Tages zurückkehren zu können. Allerdings kann die dunkle Saat zu wesentlich mehr genutzt werden, als Millenniumon zurück ins Leben zu holen. Und da kommt Yukio Oikawa ins Spiel. Dieser wollte nämlich die Saat der Finsternis nutzen, um in die Digi-Welt zu gelangen. Das war nämlich sein Traum, seitdem er bereits ein Kind ist. Der beste Freund von Oikawa war damals der Vater von Cody. Diese hatten gemeinsam davon geträumt, eines Tages in die Digi-Welt zu gelangen. Und sie hatten es sogar geschafft, Kontakt mit der digitalen Welt aufzunehmen. Sie verbrachten früher Stunden damit, Videospiele zu spielen und somit in Digimon zu interagieren. Und ihre Freundschaft blieb bestehen. Oikawa wurde ein erfolgreicher Genetiker und arbeitete sogar mit dem Vater von Ken zusammen. Und währenddessen wurde der Vater von Cody ein Polizist. Und als Erwachsene versuchten sie immer noch in die digitale Welt zu gelangen. Allerdings trat eine Tragödie ein und der Vater von Cody wurde im Dienst angeschossen und verstarb an seinen Verletzungen. Das Ganze hat Oikawa auf einen dunklen Pfad geführt. Er wusste nicht mehr, was er mit seinem Leben anfangen soll und war ziemlich deprimiert. Doch wie es der Zufall so will, öffnete sich in diesem Moment ein Tor zu Digi-Welt vor seinen Augen. Doch bevor er überhaupt realisieren konnte, was überhaupt passiert ist, bekam er bereits ein Angebot von einer unbekannten Stimme. Und wir wissen natürlich alle, um wen es hier behandelt. Und zwar um Miotismon. Dieses bot Oikawa an, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihm einen Weg zu zeigen, wie er in die digitale Welt gelangen kann. Und von da an hat Miotismon das gesamte Verhalten von Oikawa manipuliert. Mit der Hilfe von Miotismon und seinem Wissen als Genetiker schaffte er es mit seiner eigenen DNA, eigene Digimon zu erschaffen. Und das waren Arokinimon und Mamimon, welche nun Oikawas Befehlen folgten. Und wie gesagt, arbeitete Oikawa mit dem Vater von Ken zusammen. Aus diesem Grund war er auch bei der Beerdigung von Kens Bruder dabei. Und dort hat er Ken entdeckt. Und durch Miotismon hat er erkannt, dass sich in Ken die Saat der Finsternis verbirgt. Letztendlich schickte Oikawa Ken eine E-Mail, welche ihn letztendlich in die Welt der Finsternis führte. Und dort hat Ken dann auch sein schwarzes Digi-Weiß bekommen. Oikawa war derjenige, der Ken die Technologie für die schwarzen Türme und für die dunklen Ringe gegeben hat. Und nur durch diese Technologie versuchte Ken die Digi-Welt zu erobern. Der Plan von Oikawa war, dass wenn Ken die Digi-Welt erobert, sich dadurch die Verteidigung der Digi-Welt ausführen würde und es ihm dadurch leichter fallen würde, hineinzukommen. Doch nachdem Ken von den auserwählten Kindern besiegt wurde, musste Oikawa einen neuen Plan ausarbeiten. Und so schickte Oikawa Mami-Mon und Arokeni-Mon in die Digi-Welt, um gegen die Kinder anzutreten. Arokeni-Mon erschuf dadurch durch die schwarzen Türme Black-Wall-Greymon. Und diese war dafür gedacht, um die heiligen Steine in der Digi-Welt zu zerstören. Diese halten das Gleichgewicht in der digitalen Welt in Schacht. Und wenn diese zerstört werden, hatte Oikawa gehofft, dass er in die digitale Welt eindringen könnte. Allerdings hat auch dieser Plan nicht richtig funktioniert und Oikawa musste einen direkteren Ansatz wählen. Und zwar sammelte Oikawa 20 Kinder ein und versprach ihnen, dass sie so klug und sportlich wie Ken werden würden. Und da Ken eine ziemliche Berühmtheit war, waren die Kinder erfreut und dadurch konnte Oikawa die Saat der Finsternis in die Kinder einpflanzen. Die Daten dafür hat er bekommen, nachdem er Ken in Fürth hatte. Da die Saat der Finsternis lediglich aus Daten besteht, können diese auch gescannt werden. Und genau das hat Oikawa getan und hat dann diese Daten in die Kinder eingesetzt. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen der Saat der Finsternis, die in Ken war, und die Oikawa nun in die Kinder eingepflanzt hat. Der Kopiervorgang war nämlich unvollständig und Oikawa muss die Saat der Finsternis manuell einsetzen. Dadurch ist die Saat der Finsternis in den Kindern wesentlich weniger anpassungsfähig als die in Ken. Eigentlich dachte man, dass die einzige Möglichkeit ist, die Saat der Finsternis zu entfernen, ist die dunkle Blume zu entfernen. Und deswegen wird auch angenommen, dass nur Oikawa dazu in der Lage ist, die dunklen Blumen zu entfernen. Doch Ken hat es von sich aus geschafft, die Saat der Finsternis zu entfernen. Und Ken glaubt, dass es daran liegt, dass er erkannt hat, dass seine Eltern ihn tatsächlich lieben und sich um ihn sorgen. Denn zuvor dachte er, dass sie sich bloß für seinen Bruder interessieren. Und dass dadurch die Saat der Finsternis den Effekt über ihn verloren hat. Aber Oikawa ist nicht der einzige, der Pläne mit der Saat der Finsternis hat. Auch Daemon, ein Gegner, der in Digimon Adventure O2 vorkam, möchte die Saat der Finsternis für sich selbst nutzen. Allerdings ist nicht ganz bekannt, warum er diese nutzen möchte. Allerdings erfährt man im Digimon-Reference-Book, dass er damit vorhat, das Super-Mega-Digimon wiederzubeleben. Und die Theorie ist, dass Daemon eigentlich vorhatte, Millenniumon in Digimon Adventure O2 wiederzubeleben. Allerdings wurde sein Plan von den Kindern vereitelt und er wurde zum Meer der Finsternis geschickt. Am Ende kann Oikawa tatsächlich die dunklen Blumen ernten und glaubt, dass er nun in die Digi-Welt gelangen kann. Allerdings landet er am Ende nur in der Welt der Träume. Das Ganze gehörte nämlich zum Iots von Plan, um wiedererweckt zu werden. Und auch wenn die Kinder es am Ende schaffen, Iots von zu besiegen, sieht es für Oikawa nicht gut aus. Er hat zu viel Kraft verloren und ist leider dem Ende sehr nah. Trotzdem schafft es Cody ihn noch mit letzter Kraft in die Digi-Welt zu bringen und er trifft seinen alten Digimon-Partner wieder. Oikawa hat es endlich geschafft. Nach so vielen Jahren konnte er in die Digi-Welt gelangen und nun kann er friedlich von uns gehen. Und das war jetzt die Lore hinter der Saat der Finsternis. Auch wenn dieser eigentlich von Anfang an ein großer Punkt in Digimon Adventure O2 war, hat man in meinen Augen noch wesentlich mehr Potenzial von diesen auszuschöpfen. Wie gesagt, ist es wahrscheinlich möglich, damit Milleniumon zurück ins Leben zu holen und das würde ich sehr gerne in einem weiteren Film oder einer weiteren Staffel von Digimon Adventure O2 sehen. Es ist ja bereits angekündigt, dass ein weiterer Film von Digimon Adventure O2 kommen wird und es würde mich sehr freuen, wenn dieser Punkt wieder aufgegriffen wird. Aber was sagt ihr dazu? Auch wenn ihr Digimon Adventure O2 vielleicht gesehen habt, wusstet ihr eigentlich, was es genau mit der Saat der Finsternis auf sich hat? Schreibt mir das Ganze doch einfach mal gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.